Was ist eigentlich genau Sünde? Oh ja, das ist ein altes christliches Wort oder ein altes jüdisch-christliches Wort, das die Muslime auch verwenden, das heute in der Umgangssprache ja nur noch in den Verkehrssünder und so übrig geblieben ist. Das ist auch gar nicht falsch, denn ursprünglich hat es ja diesen Sinn, so etwas wie der gegen die Gebote Gottes verstößt. Ich denke, am deutlichsten wird, wenn man in der Bibel nochmal ganz vorn aufschlägt, die Geschichte, mit der es beginnt im Paradies. Adam und Eva, der Mensch im Garten, es ist ein wunderbares Leben. Aber dem Menschen reicht es nicht. Er tut das Einzige, was er nicht tun darf, nämlich an diesem einen Baum zu essen, von dem er nicht tut. Aber er kann es nicht lassen. Und dann kommt die Sünde in der Welt. Das ist ja erstaunlich, wenn Sie dann weiterlesen. Was ist das Erste, was der Mensch macht? Morden. Er tötet. Kain bringt seinen Bruder Abel und er schlägt ihn tot. Also eine irre Geschichte im Grunde. Der Mord ist das, was dem Menschen als erstes anfällt. Und natürlich muss ich heute nur die Nachrichten anschalten, um zu sehen, wie sehr das der Fall ist. Also das ist ursprünglich gemeint mit Sünde. Ich würde sagen Abkehr von Gott, Verstoß gegen die göttlichen Gebote.